Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu Stellarisch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir kämpfen hier noch mit der Wirtschaft. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt, hier bei den Planeten und Sektoren, wie es hier entsprechend aussieht. Wir können noch mal gucken, dass wir einmal, haben wir jetzt wieder einen Grenzsektor? Ne. Sektoren sind alle da, ok. Da hatte ich nicht eigentlich einen Anführer gehabt, was mit dem Anführer passiert. Da ist scheinbar, keine Ahnung, was mit dem Anführer passiert ist. Lassen wir mal laufen, mal gucken, was da hier entsprechend halt irgendwie passiert. Bin mal sehr gespannt. Regierungen produzieren wir auf jeden Fall zumindest noch ein paar, das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, wir haben natürlich noch ein paar Teilchen haben wir auch noch und damit erhalten wir zumindest auf jeden Fall schon mal wieder ein paar Mineralien wieder mit dazu. Wir haben eine neue Stufe. Niedriger Lagerbestand. Das weiß ich. Erzähl mir da mal was Neues, bitte. Aha, fuck. Genau das habe ich erwartet. Ah, verfluchte. Ich mache selber mal ganz kurz auf Pause. Ja. Ja. Das wird uns jetzt sicherlich wieder ins Minus darbringen. Ja. Gesundheit. Dankeschön. Okay, dann machen wir mal weiter. Oh, zum Teufel wird mein Spaceport angegriffen. Ah, verflucht da oben. Klar. Aua, das waren heftige Verluste hier. Ja. Das haben wir ja. Ne, den haben wir nicht verloren. Okay. Okay, das ist immer schon in Ordnung. Wir haben aber wenigstens mal eine ordentliche Verteidigungsstellung hier. Wir hoffentlich auch verteidigen können. Dienstleistung. Das heißt, die Reichshauptstadt ist auf jeden Fall schon mal stabil. Das ist auch zumindest schon mal gut. Und wir könnten... Polizeiwache. Was fehlt uns denn da? Da fehlen uns die flüchtigen Teilchen, um die Polizeiwache zu erweitern. Was wäre dann die Erweiterung? Wäre dann die Halle des Urteils. Okay. Können wir natürlich nochmal gucken. Erlass, was haben wir denn noch? Erlass, was haben wir denn noch? Jetzt ist der Punkt zu erweitern. Dann müssen wir jetzt noch ein Kampf vom Hurtstag gewinnen. Dann müssen wir noch die Schnauze herstellen. im Minus, bauen wir mal ein holotheater, alle das urteils haben wir schon, bauen wir nochmal ein holotheater Okay, machen wir erstmal ein bisschen was da raus Okay, machen wir da nochmal ein bisschen was So, dann brauchen wir auf jeden Fall Einmal Dass wir Haufen Und 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 Ja Okay. Okay. Eilige Scheiße, das hat wehgetan. Was hat wehgetan? Das hat richtig heftig wehgetan. Ich habe gewonnen, doch zu welchem Preis ich gewonnen habe. Das klingt nicht gut. Okay, wir müssen leider schon weiterfliegen. Okay. Okay. Wir werden eindeutig mehr verloren haben als er. Okay. 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 Da sind seine angehitteten Einheiten. Okay. Okay. So, dass er die nicht ersetzen tut, beziehungsweise erstmal reparieren tut. Okay. Okay. Wir könnten nicht hingehen, die nochmal abfangen. Aber wir müssen das schlau machen, sonst entkommen die uns. Wenn wir zumindest ein Status Quo zu unseren Bedingungen verhandeln könnten, dann wäre ich schon fröhlich. Ja. 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 Ja Ja. Okay, das könnte eine gute Gelegenheit sein eigentlich, wenn er das machen sollte. Und er wird das machen, er wird das nicht mit seiner ganzen Flotte, doch wird er. Oh Gott. Sollten wir jetzt verhindern am besten. Und verwickelt den in den Kampf. Jawohl. Nein, führt den doch zu meinen Bedingungen, nicht zu seinen. Jawohl. Gut, er hat sich wieder zurückgezogen. Und wir haben wiederum einiges mehr Schiffe verloren. Also auf Dauer wird das eindeutig nichts mit dem Sieg hier. Nein, bleib bei dem. Leut. Geht da in den Orbit ein. Ja. Ja, klar geht nicht, weil ich im Krieg bin. Ja. 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 Auch alles OT hier noch. Das Problem von diesem Wunder ist 16 Fabricators. Eiei, die haben eine neue 50.000 Stärkeplatte. Ja, ja, müssen wir uns um die Kriminalität kümmern. Ja, müssen wir. Machen wir. Irgendwann machen wir das. Ja, müssen wir uns um die Kriminalität kümmern. Ja, müssen wir uns um die Kriminalität kümmern. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zu mir. Wir haben Planetensektoren. Wir haben Planetensektoren. Ja, ja, Polizeiwache. Ja, ich würde sagen, wir werden allerdings trotzdem einmal die Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.